Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen wie ihr GIFs erstellt. GIFs steht für Graphic Interchange Format und ist ein spezielles Grafikformat. Anders als bei herkömmlichen Bildern wie JPGs kann man GIFs animieren. Oft werden sie in einer Endlosschleife abgespielt. GIFs lassen sich über sehr viele Programme sowohl am PC als auch am Smartphone erstellen. Hier erstellen wir sie über giphy.com. Klickt hier oben auf Create. Wir erstellen das GIF direkt aus einem Video von unserem Desktop. Klickt hier auf das linke Feld und wählt euer Video aus. Legt hier die Länge des GIFs fest und wählt die gewünschte Stelle aus. Klickt auf Continue to Decorate. Jetzt könnt ihr Text, Sticker und Filter hinzufügen um euer GIF noch spannender zu machen. Wenn ihr das Video irgendwo heruntergeladen habt, könnt ihr hier auch die Quelle angeben. Ihr solltet auch Tags verwenden, damit euer GIF einfacher gefunden werden kann. Wählt anschließend noch aus, ob es öffentlich oder privat hochgeladen werden soll. Zum Schluss klickt ihr auf Upload to Giphy. Euer GIF wurde nun hochgeladen und ihr könnt es mit euren Freunden teilen. Über welche Bildbearbeitungsfunktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.